Hallo liebe Zuschauer, es folgt nun ein Interview mit Bodo Henkel, das ich mit ihm führen durfte. Er ist mit seiner äußerst charakteristischen Stimme aus Film, Funk, Fernsehen, als Moderator und Sprecher in Hörbüchern und Computerspielen bekannt. Da es uns aber aus technischen Gründen nicht möglich war, eine Live-Bild-zu-Bild-Übertragung aufzuzeichnen, war Bodo Henkel so freundlich und hat mir ein paar Fotos aus seinem Privatarchiv mir zukommen lassen, die ich hier in diesem Interview verwende. Und außerdem werdet ihr eine noch nie dagewesene Szene aus dem Spiel, Gothic 2, die Nacht des Rabens, in neuer Vertonung mit Bodo Henkel alias Xardas sehen und vor allem hören. Sozusagen Xardas Finale. So, und nun zum Interview. Ich wünsche viel Vergnügen. Hallo Bodo. Ja, hallo mein Lieber. Erstmal ein herzliches Dankeschön, dass du die Zeit gefunden hast, für unser Interview ein paar Fragen zu beantworten. So sieht man sich wieder. Ja, und das freut mich. Gerne. Du hattest mir ja vor kurzem geschrieben, dass du ein wenig Aua in der Hüfte hast. Wie geht es dir jetzt im Moment? Ich hoffe besser. Naja, also das Aua in der Hüfte, das ist nur so eine vorübergehende Erscheinung und geht auch wieder weg. Aber nachdem es mich letztes Jahr um diese Zeit mit einem sehr aggressiven und in höchster Form mutierenden Lymphknotenkrebs erwischt hatte. Auweia. Und ich wegen Schemos und Bestrahlungen etwa, naja, gute drei Monate weg vom Fenster war, muss ich sagen, ja, es geht mir gut. Oder wieder gut. Ein Glück. Ich habe das im Gegensatz zu vielen anderen auch nicht auf Facebook breitgetreten, um mich dann irgendwie von allen bedauern zu lassen. Meine eigene Mutter wusste nicht mal was davon. Oh. Das war nicht einfach, aber besser so für ihre Nerven und für meine. Toi, toi, toi. Bodo, wir sind ja auf Facebook befreundet. Wenn ich mir jetzt auch dein Facebook-Profil angucke, deine Homepage, dein YouTube-Kanal. Ja, Bodo Henkel hat auch einen YouTube-Kanal und der ist sehr aufschlussreich. Ach ja? Da kann ich sehen, dass du eine sehr lebhafte Vita hattest oder hast und es fängt auf deiner Homepage ab 1978 an. Doch meine Frage ist, wann hast du eigentlich für dich gemerkt, ich sage jetzt mal im kleinwüchsigen Alter, dass du gewisse Talente hast oder wie bist du dazu gekommen, jetzt Sprecher zu werden oder auf die Bühne zu stehen? Das würde mich interessieren. In meiner Jugend habe ich in einer Band Schlagzeug gespielt und später während meiner Internatszeit in der Fachschule des Deutschen Fotohandwerks in Kiel, meine Heimatstadt, habe ich auch schon aufgelegt. Aha. Fürs Radio entdeckt wurde ich in einer Disco von Heinz Siebeneicher vom SWR und bin durch ihn auch zum allerersten deutschen Privatsender gekommen und sprach so auch, Achtung bitte, die allerersten Worte in den deutschen Privatäther. Jawohl. Das war der Moment, den man heute unter Radioleuten den Urknall nennt. Verstehe. Ja, ich war ja dann in Ludwigshafen beim Radiosender RPR als Moderator. Die haben das später alles gekauft und mich mit übernommen. Und dort fing auch Sat.1 mit einem kleinen Studio an. Unter den ersten dort produzierten Sendungen war auch dieser goldene Schuss in Sat.1. Also du weißt vielleicht das Ding mit der Armbrust und dem blinden Schützen. Das kenne ich. Also der Mann an der Armbrust hatte die Augen verbunden und musste auf die Kommandos der Telefonmitspieler hören. Das gab es früher schon mal mit Luvan Burg und Vico Toriani als große Samstagabendshow. Wunderbar und wunderschön. Naja, und jetzt eben als tägliche Minishow. Und da saß ich mal als Gast in der Regie. Und als sich der Moderator dann nach einem Absturz der Telefonleitung, naja, also sagen wir mal recht blöd anstellte, da sagte ich so halblaut, naja, das kriege ich besoffen hin. Ja, denn auch in meinen Radiosendungen stürzte dieser dämliche Telefonhybrid öfters mal ab. Und da muss man eben flexibel sein und sicher nicht hilflos durch Studio rennen und nach der Regie rufen oder nach der Technik rufen. Denn die sind gerade genug Selbstentballung, ja. Das ist dumm und unprofessionell. Genau. Ja, und dann meinte der Regisseur, okay, nicht nur großes Maul haben, was hältst du von dem Casting? Am Donnerstag. Naja, und am Montag drauf war ich dann zwei Jahre täglich live auf Sendung. Oh. Als der Sender dann die Rechte verlor, wurde ich vom neu gegründeten Sat.1 Fenster fürs Regionalprogramm engagiert. Das gibt's heute noch, heißt 17.30. Und das habe ich dann über fünf Jahre lang gemacht. Und teilweise immer zwei Wochen im Monat. Zur Urlaubszeit der Kollegen sogar vier Wochen täglich. Dann habe ich aber das Angebot vom Radio bekommen, innerhalb des Senders zum neuen Schlagerradio, nämlich RPR 2, zu wechseln. Und ja, ich muss zugeben, das war sehr lukrativ und bedeutete totalen Stressabbau gegenüber dem TV. Also habe ich auch praktisch die TV-Sendungen eingestellt. Ist wohl besser so. Wenn man so viel unterwegs ist, dann hast du ja auch sehr, sehr viele Prominente gesehen und auch Kontakt zu ihnen gehabt. Hast dich auch viel mit ihnen fotografieren lassen. Da wären zum Beispiel Iron Shear, David Copperfield, Engelbert Humperding. Ja, welcher dieser Prominente hat dich denn am meisten beeindruckt und warum? Oh ja, da gibt es wirklich viele. Durch die ganzen Radio- und TV-Sendungen und die unfassbar vielen Live-Veranstaltungen sind das schon eine ganze Menge gewesen. Ja, dann erzähl mal. Zum Beispiel hatte ich während meiner Zeit bei Sat.1 mal den Auftrag von einem Konzertunternehmer, eine Show-Nacht zu moderieren, in der alle, also wirklich alle Künstler auftraten, die jemals mit Elvis zusammen irgendwo auf den Bühnen standen. Aha. Auch die kompletten Background-Gruppen. The Jordanaires und J.D. Sumner and the Stamps. Sat.1 konnte ich damals überreden, ein paar davon in meine Sendung zu holen. Und nach der Sendung im Hotel abends, da bekam ich es hin, dass diese Musiker, die sich zum größten Teil, man glaubt es kaum, nie vorher getroffen haben, eine zweistündige Jam-Session machten. Klasse. Das war auch für die ein historischer Moment, den es auch nie wieder gab. Oder wo wir gerade bei historisch sind. Dabei kommen mir aber schon ein paar Namen immer wieder ins Gedächtnis. Das Fürstenpaar Metternich. Wow. Ja, also hier Fürst von Metternich. Viele Male und ja, auch einige Flaschen lang in Wiesbaden. Oder Engelbert, der Sänger im Interview. Und auch auf der Bühne. Sehr beeindruckend. Harald Junke, Rudi Carell, Wim Tölke und Familie. Den Sohn habe ich gerade wiedergefunden auf St. Martin in der Karibik. Und ja, in Las Vegas und später auch in Frankfurt David Copperfield. Aber ganz besonders, ganz besonders der große Moretti. Das sagt jetzt einigen gar nichts. Oh ja, erzähl mal. Er hat in meiner Diskothek und den Showabenden damals immer für einen Riesenwirbel in den Zeitungen gesorgt. Und auch mich zum Zaubern gebracht. Er war ja selbst mehrfacher Weltmeister der Magie und hat an einem Showabend bei mir das doppelte Russisch Roulette, also mit zwei Schweizer Armee-Revolvern, Weltuhr aufgeführt. Wie? Was? Jawoll. Zwei Wochen später ist er damit in Brüssel zum siebten Mal Weltmeister geworden. Und wir und seine Familie waren wirklich gute Freunde. Bis zu seinem, na ich sag mal, erbärmlichen Tod. Er wurde, das muss man sich vorstellen, dement. Oh, wow, 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 wow. Dieser mehrfache Weltmeister, der vor Königshäusern gespielt hat, wurde dement. Ja, er starb dann auch ziemlich von der Welt entrückt. Und ich muss sagen, das hat sehr wehgetan. Aber für ihn, glaube ich, war es eine Gnade, wie man so schön sagt. Gott hab ihn selig. Das zeigt aber auch, das kann plötzlich rum sein. Ja, peng bist du weg. Mit Tochter Nicole und Sohn Peter bin ich heute noch befreundet. Aber ich muss ehrlich sagen, Hans und seine Helga werde ich wohl nie vergessen. Du bist auch Erzähler bei den Störtebecker-Festspielen. Wow. Du bist auf Pferdeveranstaltungen unterwegs. Wahrscheinlich, weil deine Tochter? Larissa, ja. Äh, ein Pferdenärin ist? Kann das sein? Für mich die reinste Pferdeflüsterin. Also Pferde war mal Hobby. Ganz heftig sogar. Nur hatte ich 2006 einen Schienbeinbruch nach einem Sturz mit dem Motorroller, der mich dann wegen einem Krankenhauskeim beinahe mein rechtes Bein gekostet hat. Also beinahe. Krankenhauskeim, na toll. Das verwuchs dann nach Monaten. Ich war über acht Monate weg vom Fenster. Nach Monaten verwuchs das erstmal gar nicht. Und dann aber etwas seltsam. Aber es hält. Das war allerdings für mich jetzt Grund genug, nicht wieder auf ein Pferd zu steigen. Denn wenn ich jetzt abgeworfen würde, hatte ich immer diese Angst, könnte das eine Katastrophe werden. Und das wollen wir ja nicht. Ich habe meine Reitprüfung, also meinen Reitschein damals zusammen mit meiner Tochter sozusagen umsonst gemacht. Aber ich habe auch mein Fahrabzeichen für Mehrspender. Das ist, ja, ich sage mal wie eine Führerscheinprüfung. Ne, im Ernst. Das heißt, ich darf zum Beispiel eine Vierspenderkutsche lenken. Aber ich habe gemerkt, ich habe nicht mehr die Kraft in dem Bein, um heftig genug auf die Bremse zu treten, wenn es sein müsste. Und ganz ehrlich, wenn man verantwortungsvoll ist, dann muss man sagen, das geht eben nicht mehr. Ich liebe Pferde. Wir hatten jahrelang sogar ein eigenes, Philipp. Meine Tochter hat es dagegen ganz weit gebracht. Glückwunsch! Sie ist heute Geschäftsführerin vom Verein und rechte Hand vom Chef, der wiederum als Kutschfahrer zur Weltelite gehört. Die fliegen bis nach USA in der ganzen Welt rum. Das verfolge ich natürlich höchst interessiert. Naja, man sieht es ja auch immer mal wieder auf meiner Facebook-Seite, ne? Ja, und vor allem schöne Aufnahmen. Genau wie Störtebäcker. Ganz besondere Leute. Störtebäcker, zu denen kam ich 2014 über eine Agentur. Wir haben uns aber auf Anhieb tatsächlich so gut und auch menschlich so gut verstanden, dass ich heute noch mit ganz großem Einsatz dabei bin. Das macht richtig Spaß mit denen. Das glaube ich dir. Du spielst Theater. Du hast auch vorher schon Theater gespielt. Also wirklich. Hast du auch noch andere Hobbys? Theater. Theater. Theater ist so eine weitere Sparte. Ich muss ja auch bei PC-Spielen möglichst glaubhaft in eine Rolle schlüpfen. Naja, also warum nicht gleich mit dem ganzen Kerl, oder? Das kenne ich. Nur hier muss ich alles auswendig lernen. Und ehrlich gesagt, das ist mein Schwachpunkt. Da habe ich schon so manche Kolleginnen oder Kollegen genervt. Oh, oh. Mein Hobby heute mit meiner immensen Musiksammlung immer noch gern Musik machen auf Partys. So, so. Ich werde auch heute noch sehr gut von der Industrie bemustert. Das ist schön. Und zaubern. Ah, okay. Ja, und oft biete ich also eben beides auf privaten Feiern an. Man kann es sich übrigens leisten, mich zu engagieren. So gut wie jeder. Ja, das ist keine Reklame, das ist nur Werbung. Ja, ihr habt es gehört. Bodo fleißig engagieren, bitte. Du hast bei Groß- und Außenveranstaltungen moderiert. Ja, selbst auf Sat.1 hast du bei einer Gerichtsshow mitgemacht. Als Laiendarsteller? Oder wie kam es denn dazu? Oh, da habe ich mich mal in Hürth bei Köln bei einer Castingshow angemeldet. Okay. Kameraerfahrung hatte ich ja ausreichend. Naja, und mein Schauspiel-Talent reichte wohl auch aus, sagten die und meine Frau schon immer. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Und zwar zur Spieleindustrie. Ich spreche jetzt mal ganz speziell die Gothic-Serie an von Piranha Bytes. Da würde es uns speziell interessieren, wie bist du eigentlich zu dieser Truppe gekommen? Bist du eigentlich Computerspiel-affin oder spielst du mal am Computer an einer Konsole oder bevorzugst du lieber Gesellschaftsspiele, Kartenspiele? Also Gesellschafts- oder Kartenspiele? Nee, überhaupt nicht. Als Kind mal. Also ich kann mit den Tastaturen für ein Computerspiel nicht umgehen. Ja, ich bin das. Ich verstehe auch gar nicht, was die von mir wollen in den Spielen. Nein, ich spiele und jetzt wahrscheinlich zum Ersetzen vieler überhaupt kein Computerspiel. Ja, sorry. Ich habe auch keine Geduld oder ehrlich gesagt die Zeit dafür. Ich komme so gut wie gar nicht mehr zu irgendwelchen Spielen. Wenn ich nach, naja, meistens 21 Uhr aus dem Studio ins Wohnzimmer gehe, dann bin ich ehrlich gesagt platt. Und da mag ich auch nicht mehr. Das ist ja auch bei dir verständlich. Und Kartenspiele oder Zocken geht bei mir gar nicht. Aha. So kam ich übrigens zum ersten DJ-Job in Darmstadt. DJ Charlie, daran erinnere ich mich noch ganz genau, hatte laufend die Gäste abgezockt. Das geht ja gar nicht. Und wenn es dann bei ihm mal nicht so lief, dann stand seine Frau am 10. des Monats beim Chef und wollte Vorschuss. Und der Chef war auch richtig stinkig, weil die Gäste jetzt kein Geld mehr für Drinks hatten. Weil die nämlich nicht um Drinks, sondern um Bargeld spielten. Ja, bis ihm dann der Kragen platzte. Und dann stand er bei mir vor der Tür und hat mich engagiert. Und da habe ich mir gesagt, Bodo, das ist nichts für dich. Wie man sieht, das kann böse enden. Eine vernünftige Einstellung. Wenn ich mal zum Beispiel in Las Vegas bin, dann habe ich eine Summe von ungefähr 200 Dollar. Die wird verzockt aus Spaß an der Freude und gut ist. Und meistens gehe ich auch ohne Gewinn wieder raus. Ja, und was Piranha Bytes betrifft, da wurde ich von denen engagiert. Über hinterlassene Sprachproben in den ganzen Studios und Agenturen. Oh ja, erzähl mal. Ja, das gehört nämlich auch erstmal dazu. Klinkenputzen in den Studios. Hallo, ich bin der Neue, bitte hört doch mal. Also das hat erstmal viel Zeit gekostet. Aber anders wird das nichts. Da muss der direkte Kontakt da sein. So Facebook-Freundschaften oder Likes bringen einen da nicht weiter. Das muss jedem klar sein. Also wer das glaubt, jo, träum weiter. Oder wird selig. Nein, nein, also die haben mich gefunden. Ja, und heute treffen wir uns einmal im Jahr zum großen Sommergrillfest im hauseigenen Partygarten von Piranha Bytes. Das ist immer sehr lustig und ja, feucht. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Als ich noch zur Schule ging, da habe ich mein Taschengeld mit Elektronikbastelei bei einem selbstständigen Elektrotechniker, der auch Schaltstränke für Hotels zusammengebaut hat, habe ich meinen Nebenjob gemacht und habe somit mein Taschengeld aufgebessert. Wie hast du denn dein Taschengeld aufgebessert? Oh, das kann ich dir sagen. Ich war so um die zwölf und wir wollten auch eine Beatband gründen. Naja, das war so 63, 64. Aber keiner von uns hatte die Kohle für Instrumente. Wie so oft? Also lautete mein Vorschlag an die anderen Zweien von insgesamt dreien, wir gehen Kartoffeln sammeln. Ja, das war damals so. Haben wir dann auch gemacht. Und nach einiger Zeit und ja auch etlichen elterlichen Spenden und von der Oma und so weiter, hatten wir Geld für zwei gebrauchte E-Gitarren und ein ebenso gebrauchtes Schlagzeug. Das war meins. Perfekt. Das Tonbandgerät diente auch mit als Verstärker. Das war so grundig TK35 oder so. Nur der dritte, der brauchte das nicht. Das war Klaus, unser Bassist. Der bekam nämlich einen Beatles-Bass von seinen Eltern geschenkt. Das Teil sah so aus wie so eine übergroße Geige. Und später, also viel, viel später, hatte ich dann ein doppeltes Ludwig, so wie The Who, mit echten Siljenbecken. Ei, da war ich mächtig stolz drauf, Walter. Alter, das glaube ich dir. Kommen wir nun zu ein paar harmlosen privaten Fragen. Oha, na denn. Was bevorzugst du, Wein oder Bier? Kommt drauf an. Zum Grillen gern auch mal ein Bier, ansonsten aber eher Wein. Weiß oder Rotwein? Rotwein ist für alte Knaben eine noch der besten Gaben. Der ist gut. Trocken, halbtrocken, lieblich? Oh, trocken, unbedingt. Lieblich ist der Einsteiger-Wein für Anfänger, sage ich immer. Das habe ich auch noch nicht gehört. Als ich noch im Allgäu gewohnt habe und noch Kind war, da habe ich ein Leibgericht für mich erkoren. Und das waren Käsespätzle. Das ist mein Leibgericht. Was ist denn dein Leibgericht, wo du sagen könntest, da könnte ich mich reinsetzen? Leibgericht, oh, da gibt es so viel. Aber sagen wir mal, am liebsten Steaks, Steaks, am liebsten Filet-Steaks. Ja, verehrte Veganer, sorry. Und diese Steaks, roh auch nicht, unter vier Zentimetern dicke. Genau, lecker. Alles andere ist Carpaccio und bringt nichts. Ja, das ist ja in einer Minute durch. Ich hasse Minuten-Steaks. Ach, so ein Blödsinn. Und was mir direkt einfällt, scharfe Spaghetti, wie meine Frau sie macht. Ach, da könnte ich mich reinknien. Ja, aber deiner scharfen Frau. Du bist ja auch wie ich Dampfer. Ja, seit nunmehr vier Jahren. Das heißt also, wir beide nuckeln an so einer E-Zigarette. Um das jetzt mal ein bisschen salopp auszuformulieren. Hast du Lieblingsaromen? Ja, das eine ist Tabak, aber mit einem guten Schuss Vanille. Denn, sofern man es überhaupt riecht, Vanille stört andere nicht. Im Gegenteil, das riechen die sogar ganz gern. Und ich hab mal Ruhe. Aha. Ja, und Chewing Gum. Das hab ich schon mal heimlich im Flugzeug gedampft. Ach was. Ja, immer so in der Brüten unten weg. Riecht eben nach Kaugummi, ne? Hat aber, jo, Nikotin drin, ja, na klar. Ja, klar. Dein Tag war mal wieder stressig. Du sehnst dich nach Ruhe und Musik. Welche Platte legst du auf? Was ist deine Lieblingsmusik? Lieblingsmusik? Oh, da stichst du was an. Zur Bandzeit von 1964 bis 69 natürlich die damalige Musik. Da hab ich sogar teils mitgesungen am Schlagzeug. Man stelle sich vor, Bodo singt Words von den Bee Gees. So hoch kommst du doch gar nicht. Das konnte ich damals. Echt? 1A. Ah, okay. Ja, da lag die Stimme noch ein paar Takte höher. Am meisten Spaß am Schlagzeug hatte ich aber bei With a Little Help from My Friends von Joe Cocker. Oh, da konnte ich mich so richtig ausmisten. Geil, geil, endlos geil. Ja, super. Meine Ex-Band-Kollegen hab ich übrigens vor kurzem in Kiel wieder getroffen. Ey, tolle Kerle. Wir haben damals richtig viel erlebt. Das hört sich nach Spaß an. Kapellenwettstreit, wir spielten im Dorfkrug und naja, was so anders, ne? Die Musik ist heute bei mir bunt. Also sehr, sehr bunt. Ich bin da nicht ganz so festgelegt. Ich hör alles. Gern die 80er-Balladen und auch was mir jetzt grad gefällt. Ach, das kann ein Rocksong sein oder Hip-Hop oder Schlager. Na ja, sagen wir Deutsch. Und ja, du wirst es nicht glauben, ich hab auch ein ganzes Regal mit einer Klassik-Sammlung. Oh. Ich kannte damals schon alle Texte der drei Tenöre und auch die Geschichte, den Inhalt der Opern, aus denen sie stammten. Eine geile Stimme ist für mich eine geile Stimme. Ob das Joe Cocker mit With a Little Help from My Friends ist oder Pavarotti mit Nassun Dorma oder die göttliche Anna Netrebko mit Puccinis O mio babino caro, kennt jeder. Ich wollte schon immer Musik verstehen. Und dazu meine ich, muss man vielseitig sein. Das kann ich völlig nachvollziehen. Ich bin ja auch so ein Musikliebhaber. Was gibt's Besseres, als abends seine Lieblingsmusik mit ein bisschen Käse, paar Nüsschen und einem guten Rotwein zu hören? Ja, frag mal meine Frau. Das können wir bis zum Sonnenaufgang. Ach, wie romantisch. Rio Reiser hat einmal gesungen, wenn ich König von Deutschland wäre. Jetzt meine Frage an dich, Bodo. Wenn du König von Deutschland wärst, was würdest du hier ändern? Wenn ich König von Deutschland wäre. Also ja, ich würde mal ganz sicher dafür sorgen, dass es den Rentnern besser geht. Genau. Sie haben dieses etwas verkackte Land wieder aufgebaut und dafür, meine ich, gebührt Ihnen auch Dank und eine besser bezahlte, bessere Pflege. Wenn ich in manche Altenheime sehe, meine Schwiegermutter ist in einem, nee, also, nee, da werde ich nicht enden. Das ist mal klar. Nicht so, wie Sie jetzt sind. Ja, teilweise sehr katastrophal. Ein bezahlbares, ich sage immer, ein bezahlbares Mehrgenerationenhaus oder wie ich gerade gesehen habe, einen Bauernhof mit Rentnerpersonal. Ey, das finde ich klasse. Wer nicht mehr arbeiten kann, der darf einfach dann auch so da bleiben. Das finde ich ein gutes Projekt. Mit der Arbeitsbezahlung der Frauen hätte ich übrigens auch absolut null Problem. Ich verstehe das nicht. Ja. Machen soll es die Person, die es kann. Und da ist es mir völlig egal, ob Mann oder Frau, ob schwul oder hetero. Nur hör mir auf mit diesem Gender, ja, mit diesem Müll. Also damit kann ich gar nicht. Das ist so überflüssig wie nur was. Ja, 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 Gender hätte ich vielleicht noch sagen müssen oder ach, hör mal auf mit diesen eingedeutschten englischen Bezeichnungen. Sowas wie Verlagskauffrau oder ähnliches gab es ja schon immer. Ist auch gut so. Aber dieses Pochen auf neu konstruierte und äußerst dämlich klingende Worte, damit es auch eine weibliche Bezeichnung gibt. Also, nee, nervig und Zeitverschwendung. Welche selbstbewusste Frau braucht das? Das sind auch nicht die, die danach fragen. Ganz gewiss nicht. Da sagst du was. Da gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist einer meiner Lieblingszitate. Gibt es bei dir auch so ein Lieblingszitat, was deine Lebensphilosophie, so deine Einstellung widerspiegelt? Die Lebensphilosophie, ja, da halte ich es mit dem guten Franz von Assisi. Ah, ja. Herr, gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Die Gelassenheit, das Unabänderliche zu ertragen. Und die Weisheit, zwischen diesen beiden Dingen die rechte Unterscheidung zu treffen. Ja, und dann sag ich sehr oft, geht nicht, gibt's nicht. Dann eben anders. Richtig. Also ich gebe so schnell nicht auf. Und worüber kannst du dich so richtig fürchterlich aufregen? Was mich aufregt? Oh ja, Unprofessionalität. Gut so. Vor allem, wenn man es könnte, aber einfach gerade zu faul dafür ist oder meint, ach, für die hier reicht das. Das geht ja gar nicht. Ja, mag ja sein. Aber nicht, wenn ich dabei bin. Das kann ich nicht ab. Also, es muss eigentlich immer gut sein. Ich war mal mit einem Werbespot von Kia damals nicht zufrieden. Und ich war schon auf dem Parkplatz und da kam mir so eine Idee. Und da bin ich wieder rein und habe gesagt, könnten wir den Schluss nochmal neu aufnehmen? Und dann haben die gesagt, huch, du noch da? Ah ja, gut. Okay, wenn du meinst. Aha. Und das kam so gut an, das war dann wirklich das neue Ende dieses Werbespots. Und was ist rausgekommen? Ganz einfach. Ich wurde für über drei Jahre die neue Stimme von Kia. Oh, cool. Also, wenn sich das nicht gelohnt hat, ich sag's ja, mach's professionell oder gar nicht. Genau. Sag mal, kannst du in groben Zügen so deinen Workflow in deinem Studio beschreiben, wenn du Aufnahmen machst? Wie läuft das ab? Wie hat man sich das vorzustellen? Also, von Anfang an der Kunde schickt dir was oder gibt dir einen Auftrag? Wie geht das so weiter? Erzähl mal kurz. Mein Workflow? Ja, ich habe immer Plan A und Plan B. Also, morgens habe ich erst mal immer einen Plan B, was ich heute noch so alles machen will. Interessant. Bis ich dann in die Mails schaue oder Telefon bimmelt und ein Kunde ist dran. Dann geht's zu Plan A, Kunde. Also, von Studios kommt das so wie ein Sturm aus dem Nichts, denn ich kriege ja die Vorgeschichte oft gar nicht mit, wenn der Kunde da jemanden im Vorfeld aussucht. Die rufen dann plötzlich an und fragen, ob sie mich auf die Castingliste für den Job XY setzen können. Und fragen dann, ob ich zum Beispiel im Produktionszeitraum überhaupt da bin. Dann irgendwann kommt eben die Zu- oder Absage und ja, dann fahre ich da hin. Da bekomme ich auch meistens erst den Text. Die sind nämlich sehr oft geheim bis zur Veröffentlichung. Muss ich sogar unterschreiben. Ist klar. Zu Hause im eigenen Studio geht das per Mail oder Anruf. Die haben mich dann irgendwo gefunden. Ob auf meiner eigenen Homepage oder der vom Sprecherverband VDS oder sonst wo. Viel kommt durch Empfehlungen ehemaliger, alter oder bestehender Kunden. Ich sehe dann auch immer zu, dass das schnell erledigt wird. Da geht der Tag dann auch schon mal von morgens 8 bis abends 21 Uhr im Studio. Ja, das ist wahr. Oftmals möchte der Kunde auch mithören und das geht per Skype richtig gut. Dann habe ich auch mal Studios, die sich mit mir über Google Chrome und dem Anbieter Session Link Pro verbinden. Oh ja, erzähl mal. Ähm, ich lasse also via Chrome diesen Anbieter auf mein Studio zugreifen. Und auf der anderen Seite tun die das Gleiche. Bin ja ganz baff. Ey, ich sag dir, das ist der absolute Wahnsinn. Bist du tausende Kilometer weit und es klingt, als stehe ich neben dir. Ist ja der Hammer. Also da ist mächtig, was passiert in den letzten Jahren. Aber für die großen Produktionen geht es immer noch in die klassischen Studios. Und das ist auch gut so. Ja, kommen wir nun langsam zum Ende. Und das Ende ist natürlich immer das Beste. Also das Beste zum Schluss, wo ja schon einige Fans darauf gewartet haben, als ich in der März-Ankündigung auf meinem YouTube-Kanal ein Interview führe, das hier gerade läuft. Du willst doch nicht etwa endlich aufhören. Hallo. Ja, es handelt sich um Gothic. Es handelt sich um die Gothic-Serie, für die du ja deine Stimme geliehen hast. Und neuerdings auch für eine Modifikation, die da heißt Odyssey im Auftrag des Königs. Da habe ich auch mitgewirkt, meine Stimme gegeben und noch die alten Audiodateien restauriert. Ja, hast du vielleicht irgendwie, ich sag mal in alter Xardas-Manier, eine Botschaft an uns zu senden? Gut, dann machen wir das mal so. Ich muss gestehen, ich war zunächst fast etwas zornig, als mich, als mich diese Ansammlung von nervenden, angeblichen Spieleverbesserern namens Odysse-Mod-Team von meinen Studien abhielten. Immer und immer wieder wurden sie vorstellig. Stets habe ich abgelehnt, mich an ihrem Tun zu beteiligen, bis mir Belia erschien und die Weisheit gab, das sind keine Orks oder dergleichen. Ihr Tun und ihre dargebrachten Artefakte zeugten eher von großer Weisheit, gepaart mit Begeisterung. Und sie wären in der Lage, die Welt der Magier zu retten. Vor allem mit ein klein wenig Beistand meinerseits. Nun gut, so sei es und so geschah es. Und wie ich heute feststelle, hat das kleine, seltsame Volk des Odysse-Mod-Teams ganze Arbeit geleistet. Ihr dürft so recht stolz auf euch sein. Zumindest bin ich es, äh, genug davon. Stirbt mich jetzt nicht weiter. Geht und lebt wohl. Möge die Macht der Götter auch weiter mit euch sein. Und nun geht. Klasse. Sehr, sehr gut. Bodo, ich bedanke mich auch im Namen vieler Fans da draußen für dieses Interview. Gerne, sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute für dich und deine Familie und weiterhin viel Erfolg und bleib gesund. Ich versuche deinen Ratschlag zu beherzigen. Danke auch an dich, mein Freund. Und Grüße an euch alle da draußen. Grüße an euch alle da draußen. Vielen Dank.